Also wenn ich ihn oben bin hab. Was musst du dann gleich machen? Hast du schon Dingsdeutsch gezeigt? Ich auch noch nicht. Ich mach ihn beim Augen. Ja okay, das glaub ich. Ich glaub auch. Ja, das ist eben meine Mutter Oma. Oha, Ehre. Zuschauer hab ich. Warte, ich kann wetten, dass es Kahn oder so. Pistol. Och Bruder. Okay, Pam Pam. Ich beschwör mich nicht. Ja, ne. Ich zieh die Pistol. Hier. Alles für jeden was ich hab. Hier, vielleicht zieh noch irgendwo nach. Warte. Ja, ich hab gedämpft die Pistol. Hier liegt's mit Muni. Hier. Och bist du dumm. Hier liegt ne MP. Ach so, du hast Shotgun. bis diesen Bion bei uns das Schrauben. Ach so kommen zu einem dadurch. Okay. Ja, niemand. police ort generiert. Vergelten nicht immer. Genau. Ich brauche mich sonst zu. ich habe angst das in irgendeinem raum ist nicht jetzt so richtig abstimmen wird ja ich ich brauchte mal hier hinten ich konnte ihn gerade so lasern aber du hast ja gesagt ich habe schon sie toll du kannst sie haben nein ich bin auch bei sich abgesprungen ich bin das war nicht der das war nicht der das war nicht der das war nicht der andere 50 schreif 50 schreif dazu bekommen wegen mir ja dieser dings den ich ohne geschossen habe eigentlich kitt mal wie neues video moin das normale stuhr aber gleich Ich bin nicht. Kahn, hörne wie ich gesagt hab. Ja, Kuss an mich. Kahn, hörne wie ich gesagt hab. Kahn, hörne wie ich gesagt hab. Zwei Zuschauer. Morgen Leute, morgen Diga. Ja? Das ist schon gehalten, klar. Ist eigentlich die abgepeppte Variante von dem hier. Ich geh von dem. Ist die abgepeppte Variante. Ich will was sagen, Leute. Wir kommen jetzt erstmal zum Loot. Und dann geht's auch schon los. Schwarz-Bäck-Bäck. Hm. Ja. Ja. Auf die Dinger. Und, äh. Wappen wieder, wenn ich sterbe. Ja, alles. Ich seh da schon, wer verarmen, Dinger. Ich will was sagen, Leute. Ich hab drei T-Box. Und dann, damit alle Bescheid wissen, Leute. Der Schlüssel ist diese neue Knopfpistole. Den Knopfpistole, den Knopfpistole. Wo du schießt und dann fliegt der andere. Wie willst du was schmeißen, oder? Ja, die Knopfpistole. Von daher würd ich immer sagen, Jungs, seid ihr bereit? Ja. Dann gehen die Mörderspielchen los. Gebeben, Digga. Auf geht's, Leute. Wir springen ins Wasser rein. Und hier sind wir wieder auf der Unter-Wasser-Bab. Ich muss sagen, grüß dich nochmal raus an das fette Kidmate-Baut-Team, Leute. Das haben die echt richtig nice gemacht. Und der Mörder hat jetzt schon mal eine Minute Zeit. Ja? Weil ich spürige mir dazu. Ich denke, der Mörder sollte langsam das Problem haben. Warte ich? Ja. Ja. Ja, bitte. Wollen Sie diese Tat erklären? Ja. Ich habe nur einen kleinen Spaß mir erlaubt. Okay. So. So. Aber, Leute. Ich sag mal, der Mörder hat so Zeit. Na, es kommt kein Ton bei meinen Videos. Seid, Leute. Und die Schussgruppen. Immer noch nicht. Habe ich dir auch schon in der Schule erzählt. Ach, Mensch. Ich möchte mein Präsidium abgeben. Ich möchte mein Präsidium abgeben. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Das ist so weit. 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 Und dann hast du in deinem Kopf gesagt, ach, Digga. Erstmal diesem Sinan nicht zuhören ist doch sowieso alles scheiße, was da arbeitet. Hehehe. Das war jetzt Nummer eins. Nummer zwei. Hey, Jungs. Keiner Cut. Habt ihr Eliminierungssache? Spaß? Doppelt sich doch noch Geld an. Ey, ich bin am André dabei. Der Mann hat nur noch nicht dabei. Ey, womit er jetzt argumentiert. Nummer zwei. Nummer drei. Ich hab Nose genannt, Digga. Ey, Leute. Ihr seht, Digga. Ich hab diesen Luchs an, ne? Und jetzt hab ich Nose genannt. Moin. Ich hasse diesen Back, Digga. Jetzt hab ich diese, diese, äh, Kach hier an da. Diese, wie nennt man? Ah, geht nicht. Och. Ich muss landen. Ich muss landen. Ich muss landen. Ich kann nicht verlassen, Digga. Warte, ich komm, guck jetzt. Kommt da hoch. Nein! Allez ne. Ich hab keinen Bock mehr, ich hab keinen Bock mehr Achtunfünfziger Ich hab keinen Bock mehr, ich hab keinen Bock mehr Achtunfünfziger Digga, das ist doch echt scheiß, Digga Ich schwöre, was ist das? Ich schwöre, was ist das? Ich hab keinen Bock mehr, Digga, ich hab ihn Achtunfünfziger nicht gegeben Achtunfünfziger Ich weiß, ich hab keinen Bock mehr, Digga Mit der grünen Pamschen wieder, Digga Ich hasse die Das ist meine absolute Auswahl zu glauben, Digga Omega-Zone-Shop Den Omega hab ich schon Achtunfünfziger nicht gegeben Nur so Ah, mein Armutschüttchen Der hatte ich erst mal gelasert mit der Tech-Picker Komm, lasern mich jetzt mit Tech, komm Komm, 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 ich warte Bist ja auch nicht mehr bei ihm Ach, du Scheiße Ach, was holst du? Rocket oder Monster? What? Ehre Und draufgespuckt Und bei E-Ber-Klein-Zeigen hab Bude, jetzt hab ich den Spruch vergessen Nein Aufgestellten oder sowas Oder eingeschmackt Ah Ah, hey, daum Ich nehm kurz Ich hab ganz kurz und wettgesniped Nein Ah, hey, daum Ich hab kurz Ich hab ganz kurz und wettgesniped Nein Wer hat mir den Dislike gegeben? Mihau Hm Mach den Dislike weg Hey, hab du leid? Mihau Kahn Kahn, du kleiner Hure Kleiner Hure Wenn du jetzt nicht den Dislike weg machst Ich fick dich Ich fick dich Sorry Mihau, ich bin auch versinkt ici sondern Geduld Ich hab fol��라고 Ich hab' voll auch versinformiert Ich hab' voll auch vers人民 Ich hab' voll auch ver mund Ich hab' voll ver mund Ich hab' voll Ich hab' voll ver mund Ich hab' voll degrees Ich hab' voll Ich bin haben wir schon lange nicht mehr gemacht das so gesehen warum ich die spaß machen weil ich damit headshots gebe ja guck mal das war jetzt auch nicht so besonders weil du wusstest ja halt kommt zum beispiel jetzt in so totalen bauduell da musst du ein headshot treffen das wäre dann gut ich freue mich schon wenn diese neue armbrust kommt dicker exklusive armbrust ich kann wetten die wird op das hört sich auch schon so an exklusive arm das ding ist fast alle exklusive armbrust außer als kanal deswegen er hat ihn nicht mal ein grau dicker was da vorkommt aber kann ja auch sein dass er nicht so oft wie ich zockt ich zocker auch noch nicht so viel aber wenn er es nicht mal ein grau hat dicker wenn es nicht mal ein grau hat dann ist das echt was ich will sterben korrekt so ein huren sind bei mir gelandet ist und jetzt muss ich diese snipe hier auf den boden nehmen das ist aber eher ein sniper nein habe einen genockt der bei mir hat ein tag die sich noch ich habe angst ihn zu pushen die kalten tag ich habe eher eine sniper ich sage ich muss oder kommt zu mir ja wie scheiße wo sonst der mann hier ja das ist der mit der tag ein omega hat 30 hp wenn ich das treffe scheiße ketchup hoch mit der röge hier wurde grunden ganz guter dicker einer hat sich logischer fabi genannt aber er hat gerade voll viele gekillt er hat gerade zwei durchgekillt ich glaube er ist auch so gut wie fabi und blut kommt es schmiert 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 das ist gut gut aus dem der vergangenen es ist kurz gehen und uns kurz auch immer Prozent und das ist der Anliegen dieses Verstehen auch zu schalten weil keiner darunter gelandet eine 1 die Waffen es kommt die jetzt aber das ist noch es gibt uns noch ein Video Bruder was los also mein setup ist gut ein bisschen bessere farben wir sind die farben nicht so wichtig aber zum beispiel ich hatte ein pene ich weiß mir fällt auf die harmonie mit 48 moni zum weitkampf leute ganz gut holen er hatte doch auch bruder die licht ne grüne ae vor mir eigentlich es war nicht 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 ich gehe jetzt auf den berg und halten müssen auch nur noch für die ich glaube wird jetzt kommt es noch ein paar mitnehmen so ist es ein paar ich bin auf dem berg ist ein aber nicht mehr ja ich wollte bis hier nicht dass er noch über den Berg fliegt frische Stunde dieser logischer Papi ist krank nochmals kurz nicht das habe sich wieder umgeändert hat oder das ist oder das ist ein der hat allen seinen teamkollegen stilten will ich den will ich doch nicht doch ich dachte es wäre nicht der gegner also blau auf einmal war auch die scheiße zwischen sein bein man geht doch vor dem muruck die spieler sind lustig ja man ich hab doch nicht mal getroffen was war ein anderer ich hätte die safe geholt diese typen die war nosterino dicker und dann kommen die einer war weiß live und dieser eis und kommt ist alle abstaunen die man so scheiße ach nee ich hab die gold hatte ich auch so ein bütz kann ich hätte ein paar mitglieder für dich so dann wird klar marlon leon und dings jacin das ist mal und leon und jacin sein clan nur mit fleisch das auch nicht der beste ich gucke das video von sucht immer schlechter clip schien m man hat gewähnt das war halt komplett los so noch stück mich schämen was du meinst man ja gewähren wir sollen los ich habe ich besseres jahr als der spiel ist was immer schon das spielen immer noch squat ja das ist nicht ob das so logisch ist hier hinzugehen man von jeder seite um jemand sandwichen kann warum bin ich so hoch und hier nie ist nur ein sieger hier ist jetzt auch nicht die treuheit genuss von attack und diese grünen ist es jetzt wenn mich einer holen die fünf ich heule direkt vor mir sind zwei ja bei mir so einer ja er hat schild soll sich picken 17 ap was was er hieß hallo bin pro pro alles klar das war jetzt wieder du es auf und zucken beide doppel wohnen boden und treppe nebeneinander bauen und sky base das mit vierfachen und trepp haben ich kann mir sehr gut hier aus dem wirst du nichts erzählen allein gestern für sie geht es um den beruhig aber wieso ist als es kommt so lange nur grün ich sehe es sein groß und so faker jetzt mal gucken wir jetzt auf einmal machen die nicht mehr diese dings videos größte diese dings wie heißt das noch mal um den mussten ja game master videos ich habe auf einmal ganz plötzlich aufgehört sind so faker die soll sich die fähigkeiten nennen wie dieser jüdiger auch schon gesagt hat schon so 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 kommen was hat hier um 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 wir sind gar nicht mit so wie gewesen im schon mal stück der weg weil er keine warfahrt ja ja es gibt Disco die Skoparty und der anderen zwei Häuser bei mir ganz alle haben schon Disco ich sehe nur noch und zwei andere ich kann gucken ich hab glaube ich braue R ja ja jacke der nice ich hab grün und blaue MP der wollte nicht kommentieren Oh, Sniper aber keine Heavy leider Oh, ey, oh mein Gott, oh mein Gott ja was ich habe ne Goldene Dings Black Scar Und noch einen Heavy Sniper bekommen Kriege ich Heavy Sniper? Gegen die Shally Och man Ich liebe Heavy Sniper Komm gerne Ja ich kipp dir du Wichser Irre Würde ich lieber Jacke wäre oder Shally Sniper stattdessen Shally Sniper Okay Wir brauchen so viel Melds Wenn wir beide da wohnen Oder sollen wir mich beide einfach wohnen an Treppe? Weil Ich weiß nicht Ich hab mal 4,4,4 Ich verbrau zu viel Melds Ey ich hätte 6 Minis könntest du die mitnehmen Ach ich kann es nicht Ich hab hängen bleibt Wär ich auch Darum Ach Schmeck nicht Ach Bruder Awww Sechs Minis Kannst du nicht irgendwie Pump AR spielen oder so? Ich hab auch nicht Ich hab auch nicht weil Ich hab eine Pin holen zu stecken Ich hab selber nur 17 Aber ich shop dir mal was Die Hälfte Ich hab grüne PAM Ich hab grüne PAM Und wenn ich jetzt die MP liegen lassen Ich hab eine riesen Lücke und dann die Minis Und dann die Minis Und dann die Minis Ich hab ein Und dann die Minis